Schau hin, er stirbt. Und jetzt... Hier tritt er ihm auf die rechte Rade. Arben Noah, dritter Abidea. Theatralischer Auftritt von Sia, aber alle haben es gesehen, alle springen sie auf. Und Majenko glaubt, in dieser Szene ohne gelbe Karte aufzukommen. Ich will Ihnen nicht unbedingt Absicht unterstellen, aber das ist eine Situation, die ist vermeidbar. Keine gelbe Karte.